Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Sabrina und der Mod Undead Legacy, der wohl gefährlichsten Mod im Universum. Oh ja. Bah. So, wir sind jetzt gerade mal hier rein und müssen erst einmal uns orientieren, was wir denn zuletzt gemacht haben, wo wir sind, was wir hier haben. Oha. Ist ja alles kaputt. Oha, oha, oha. Bitte? Ähm. Oh, oh. Ja, der hat ja mal nachgespawnt, ne? Oh Mensch. Oh, komm. Und talk. Ja, schön. Äh, hier, die Keule, die ich da hab, ne? Wo kommst du denn her? Äh, die kann man nicht reparieren, ne? Also nicht in unserem Stadium, ne? Nein, ich glaube nicht. Okay, was ist denn das für ein Haus hier? Ach, das ist die Garage. Ja, ich glaub, da hinten ist noch einer. Hier ist noch einer, ne? Äh. Ne. Der kam eben also auch schon mit raus. Okay, lass mal säubern hier. Lass mal gucken, dass unsere Basis so halbwegs in Ordnung ist. Ich glaub, das kommt von woanders. Uh, ich geh mal rein. Ich werd mal meine Punkte verteilen, die ich hab. Ich kann nämlich 10 Punkte verteilen. 10 Points to Sabrina. Jetzt müssen wir mal schauen. Okay. Also, ich hör jemanden, aber es ist keiner da. Neue Art von Zombies. Sag mal, macht mir irgendwas kaputt? Da hinten. Ja, kein Wunder. Ist alles im Griff? Ja, ja. Es sind nur zwei. Hier ruht sich im Moment aus. Boah. Dazu. So. Oh, ich seh dich. Hallo. Hallo. Ähm. Die lässt sich so nicht reparieren, ne? Die ist ja dann noch fast kaputt. Der Morgenstern. Was haben wir denn überhaupt für Werkbänke? Ich hab keine Ahnung. Forschungsstation, okay. Tischlerdings. Wartung. Wenn ich die da reinziehe, sagt er, wir müssen die... Ah. Okay. Was würde denn hier eine Aufwertung kosten? Oh, guck mal. Oh, guck mal. Drei Eisendinger nur noch. Drei Eisen, ähm... Wie heißt denn das? Gab es irgendwie ein Update? Wieso? Jetzt guck mal bitte in Muni... Guck mal. Wo soll ich gucken? Äh... Auf meinen... Ich weiß nicht, kannst du das sehen? Das kann ich nicht erkennen. Ne, was denn? Warte mal, ich lege das mal in Munition rein. Ja. Guck dir mal an, wie diese Dosen aussehen. Das ist aber mein Essen. Das nimm ich mir gleich wieder raus. Ja, ist gut. So voll groß. Komplett anders. Komplett anders. Äh, warte mal. Hier ist schon wieder... So. Ich brauche Eisen. Drei Stück nur. Ich glaube, hier ist ein Eisen, ne? Oder? Ne, Eisenrohr. Äh, blöd. Wo gibt's denn Eisen hier? Hier? Ne, das ist auch nicht. Hm. Das war doch ziemlich gefährlich, wenn wir hier so rumfoppern, ne? Ja. Ich nehm mal hier... Zwei, drei. So. Das müsste ausreichen, um... Ob ich ihn hier aufgemacht habe. Um die Station aufzuwerten... Ja, aufwerten. So, in der Hoffnung, dass man das Ding da jetzt reparieren kann. Ich gucke mal. Hua! Ja. Wo kommst du denn her? Wir können den Morgenstern reparieren. Ich habe ja gar keinen Morgenstern. Achso, den hast du mir gegeben, ne? Ja! Okay. Cool. Jo. Ähm... Punkte verteilen, sagtest du? Ich habe acht. Acht Punkten. Oh nein, draußen ist irgendwie ein... Schreidingsdingstyp. Boah. Ist ja alles noch. Ne? Ähm... So ein Spinnending ist draußen irgendwo. Ich höre ihn. Glückliche Summe ist erstmal... Ich sehe ihn nicht. Okay. Bestandhäglichkeit. Ich bin richtig dumm. Ich habe ja gar keine Intelligenz. Ich habe ja gar keine Intelligenz. War aber schlecht. Ähm... Der braucht bestimmt noch ein bisschen mehr. Hier einen. Oh, hättest mich nicht treffen können. So. Idiot. Ey, ehrlich. Okay. Wir haben... Auch die Nudeln sehen ganz anders aus. Die Nudeln. Was für Nudeln. Die Dosen-Suppen mit Mio-Nudeln. Oder wie die heißen. Okay. Wir haben doch irgendwo unsere Blutmond-Basis, ne? Die gucke ich mir mal an. Habe schon vergessen, wie die aussieht. So. Es ist schon dunkel. Hier. Hi, wie. Wo wollen wir unsere Blutmond-Basis machen? Da müssen wir ja auch noch ein bisschen freiräumen. Oder vorbereiten. Ich meine, wir haben Tag 6. Hallo? Das wird furchtbar. Ja. Na gut. Also nachts draußen rumzulaufen bei der Situation... Ist nach wie vor sehr gefährlich. Sehr unklug, ja. Ach, hier haben wir schon mal eine Leiter. Das ist gut. Gehen wir hier schon mal hoch. Oh, hier sind ja schon die ersten Kunden wieder. Noch ein paar mehr. Machen wir erst mal die, die... die hier so sind. Äh. Da kommen wir hier rum. Jetzt. Da haben wir eigentlich was zu essen. Ein Honig nur. Oh. Cooking Öl. Das ist doch mal, hier gab es doch ein... Warum kann ich jetzt Salsa kochen? Salsa. Und Buffalo-Soße und Carrot Rabbit. Ribs. Das sind, ähm... Snake. Was ist das? Hähnchen. Barbecue-Soße? Ich bin doch nicht bescheuert. Ne, das muss neu sein. Ist hier noch was drin, ey. Okay, was machen wir jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ich müsste eigentlich hier mal ein Loch machen oder so. 5000. Ja, Mensch. Wir lassen das mit den Löchern noch. Bringt zumindest Eisenschappen. 5000. Henry-Idiot. Also ich behaupte mal ganz stark, dass wir hier einfach nur eine Straßenschlacht erleiden werden müssen. Wie oft immer. Ja, ich muss mir nochmal meine Rezepte angucken. Das ist ja ein Ding. Ja, ich koche uns mal 20... Ne, 20 Eier brauchen wir nicht. Das bringt schon nichts drauf, um zu klocken. Das ist Quatsch. Ein bisschen in der Tür. Achso, das ist die Klappen da unten. Die Klappen der Kartoffel. Ich hab hier komplett andere Rezepte drinne. Okay. Das Tierfett sieht anders aus. Hä? Ja, moin. Was? Also bist du der Einzige? Die Einzige? Und der, die das... Du noch so? Gut, dann machen wir den Laden erstmal... Ich glaub, ne Apotheke oder was das ist hier? Wir kaufen nix an der Tür. Draußen bleiben. Nee, wir nehmen doch lieber aus den Läden hier. So. Äh. Ja, das ist ne Apotheke. Mit Apotheken-Sachen. Hm. Naja, das können die ja selber zerlegen hier alles unten. Ja, das ist leer. Logisch. Hm. Okay, okay, okay. Ist auch nichts mehr. Ist auch leer. Hier ist noch was drin. War hier jetzt noch was? Hä? War doch... Achso, das ist das. Ja, also da brauchen wir jetzt die Flasche für. Pflanzenfasern sehen auch anders aus. Okay. Also ich hab ja gesagt, ich hab heute Server... Pflege betrieben. Also wird es das gewesen sein, was sich geändert hat. Ja. Okay. Du bist ganz baff. Dann komm ich da ran, ja. Okay. Haben wir. Ich bleib mal liegen. Ich... Kann mich nicht mal versorgen. So, diese Medikamente. Das ist gut. Die brauchen wir. Aua. Ich hab echt Angst, Hemdungen zu laufen, ne? Hm. Ja. Ich weiß gar nicht, wie wir das schaffen sollen. Den morgigen Tag. Weil wir ja keine... Irgendwie. ...richtige Basis dafür haben. Na gut. So, hier ist leer. Ansonsten weglaufen. Ja, die kommen hinterher. Immer weglaufen. Immer weglaufen. Immer hin zu. Gut, das wäre so das Gebäude hier. Das machen wir dann... Sag mal. Oben auf dem Dach. Das lassen wir auch zu. Okay. Haben wir das hier schon? Nee. Gut, dann bringe ich mal neuen Stuff mit nach Hause. Das ist eigentlich groß genug dafür. Wie klar ist der leer. Das Schöne ist, wir können hier alles mitnehmen. Und das finde ich toll. Oder? Ja, das ist es auch. Auf dem Weg nach Hause vielleicht hier noch. Nö. Okay. Hier ist unser Ikea wieder. Wollt ihr gleich wieder... ...gleich wieder hell. Ja. Haben wir denn genug Kisten? Keine Ahnung. Bislang reicht es ja. Ähm. Wenn ich jetzt die Salzer machen will, ne? Ja. Rauche ich drei Tomaten, eine Zwiebel, eine Paprika... ...und Salz. Okay. Das ist ja spannend. Das ist ja... Ich muss unbedingt ganz helles Mal auf Tour gehen. Ja. Die Dinger muss ich ja jetzt ja irgendwo finden. Ja. So. Natur. Ähm. Da bin ich ja was. Naturmaterial. Was machen die Pflanzen? Pflanzenfasern. Ja genau. Wie sehen die denn aus? Ja mal so komplett anders. Okay. Dazu packe ich jetzt das Holz nochmal zurück. Ähm. Die Gummiabfälle. Ja guck mal, ich habe ja Gott sei Dank fünf Mollis. Ja. Immerhin. Die hast du. 20 Feuerpfeile und Eisen... Einu... Eisen... Ha da da da. Ja. 91 Eisenpfeile und 75 Steinpfeile. Ah okay. Ja. So jetzt muss ich mal schauen, was habe ich jetzt hier noch. Mähdys, 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 Mähdys waren vorne in der Küche, ne? Ja, in dem Attenschrank. Ach ja genau. Seid mal weg. Das war Getränke. Wo kann das mit rein? Äh, das faule Fleisch kommt mit ins Essen, ne? Ja bitte. So. Hier, die Hühnersuppe sieht doch ganz anders aus. Ja, geh mal in die Rezepte rein. Warte mal, wo kommt die Hühnersuppe hin? Achso, hier ist ja was. Füll hier an was. Hä? Hier ist auch... Ja. Da habe ich das Schild noch nicht fertig. Achso, dann kommt das an... Ne, ist ja egal. Ja, ist egal. Fau ich um. Essen, Essen da. Das kann ich ja auch gleich zum... Uiau. Geh mal in die Rezepte. Geh mal ins Lagerfeuer. Und dann auf Essen. Ein runter. Ketchup! Ja! Das muss ich noch lernen. Das kennen wir noch. Kennen wir ja. Aber oben, die ersten beiden sind neu. Und das... Das ist auch auf Englisch, ne? Salt ist Englisch. Tomato. Onion ist Englisch. Jalapeno. Achso, ich wollte mich ja weiter lernen machen. Gekochtes Wasser, ist klar. Gebackene Kartoffel, ja gut. Kartoffeln. Eier. Hm, hm, hm. Äh, Kürbisbruch und so weiter. Das kennen wir ja alles. Das ist ja mal interessant. Oh Gott, okay. Da muss ich gleich erst mal auf. Da muss ich gleich erst mal drauf gucken, wenn's hell ist. Haben wir denn sonstige Kiste? Ja. Da kommt Öl rein und zerbrochenes Glas in Landendertuch. Ach, äh, was fehlt denn hier jetzt? Was fehlt denn da? Da war irgendwas anderes drin. Hm, okay. Hundefutter. Pedigree. Ich könnte... Hast du das gesehen? Nee. Pedigree Hundefutter. Ja, warte mal. Ich packe mal das Überschüssige, was ich jetzt... Ich habe keinen Platz für sowas. Musst du gleich mal umswitchen nachher. Ja, die Dosen können da ruhig rein. Das ist okay. Ach so, okay. Schön, dass ich jetzt Hunger hab. Ähm, ich nehme das mal wieder raus. Hm, ich nehme mal zwei Chili und zwei Davon. Und zwei Davon. So. Das ist ja mal cool. Ja. Ich dachte, man wird immer besser und besser, ne? Ist unglaublich. Ich weiß ja, wie viele... Ach, Werte hatten wir, hab ich's gleich geguckt. Fünf. Mhm. Na gut. Besser als nix, ne? Okay. Die leeren Dosen. Die packen wir dann... Die Knochen haben sich verändert. Das Leder hat sich verändert. Okay. Vom Aussehen her. Knochen, Leder, sonstiges wahrscheinlich, ne? Ja. Knochen wüsste ich jetzt nicht. Leder, ja. Klebstoff ist geblieben. Okay. Das Tierfett sieht anders aus. Stopp. Hier, die Isolatoren, die waren, glaub ich, so. Laffenteile und Lutz ist auch geblieben. Warte mal, wo... Ich hatte doch hier irgendwo Gärten. Aber kack, da ist ein Hund. Stopp, was hab ich auch? Ich brauch dein Fleisch. Komm her. Komm, Wuffi. Komm, 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 komm. Okay. So. So, so. Wir brauchen... Lauf nicht weg! ... eine vernünftige Spitzhacke, um Eisen abzutragen. Lauf doch nicht weg! Deine! Idiot! Ja, ich würd' sagen, wir machen jetzt... Ich häng jetzt erstmal diesem Kackhund hinterher. Wir machen jetzt mal jeder so ein bisschen Looting. Wir brauchen Material. Hallo, Bär. Tschüss, Bär. Ähm, ja. Wir brauchen Material. Ich bin gleich tot! Dieser Kackwolf, Alter. Jetzt hab ich hier schon zwei in der Hacken. Kriegen wir jetzt Material her in der Stadt? Sind wir eigentlich hier in der Stadt? Hinter uns ist ein Bär. Alter, ich krieg die Motten. Was ist hier denn los? Auf unserem Grundstück hinten ist ein Bär. Sind wir hier in einer Stadt? Ja. Okay. Ach ja, da hinten. Ich brauch Honig. Ich bin infiziert. Wo krieg ich denn eine vernünftige Hacke her? Gute Frage. Bluten! Ja. Autos! Was hab ich denn noch? Ich hab irgendwas in der Hand. Oh Mann. Na, kommt doch lieber mit. Autos. Das geht nicht. Autos. 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 Mach die Tür zu. Kein Bock auf diese scheiß Köder. Autos. Und ein Rad. Ein Kusswagen. Das Ente nach oben. Kaputtes Wessel. Ah, ein gestürztes Gebäude. Das ist so. Kommst du nicht mehr raus? So. Idiot. Ist das so ein Blutmund-Ding? Blödes. Wo machen wir das eigentlich nicht als Blutmund-Ding? Äh. Hund. Animal Claw. Hier. Kralle. Warte mal. Krieg ich aus dem Hund raus. Okay. Guck mal. Hier ist doch geeigneter Platz. Oh. Knochen wieder. Entschuldigung. Ich wollte dich stören. Warum sind wir da hinten und nicht hier? Okay, der war eng. Also knapp. Äh. 5.000. Ja. 5.000. Was hat das hier? 10.000. Achso, ich glaube, das war wegen der Leiter, weil wir hier 10.000 versuchten. Dauert er ewig. Deswegen haben wir uns so ein anderes Gebäude ausgesucht. Obwohl das eigentlich viel schöner wäre hier. Da kommen die hoch und so und weiße. Äh. Genau. Ach, kring kring. Hallo. Komm her. Also Tierfett und Raw Animal Fett. Boy, das ist ja... Was soll man? Das muss doch mal in Ruhe looten hier. Blöde Kuh. Das packe ich auch. Oder sonst wie es sich... Hm. Bliefkästen sind schon mal ganz wichtig. Hier schon. So. Oh Junge. Ist mal gut hier. So, Electronics. Ähm. Da wird wahrscheinlich keine Spitzhacke drin sein. Aber Zombies? Hat sich auch blöd. Gehört. Einen richtigen Laden finden. Ja. Ja. Brauchen Werkzeuge. So komme ich nicht weiter. Geländewagen. Leere Wasserflaschen. Hm. Super. Wo bin ich denn? Mini Market. Ich laufe jetzt einfach hier mal hin. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wie kriege ich denn jetzt? Autobus. Vielleicht kriegt man da ja was. Müssen wir testen. Trau mich denn jetzt einfach mal da rein. Hopfen. Was hopfen und meins verloren? Ich frage mich tatsächlich. Wo kriege ich? Die andere Saat her. Oh, ich hab ein Buch. Ach so. Die ist schon tot. Maiskörner. Naja, das ist ja alles super. Oh Gott, hier geht's runter. Der ist nicht lootbar. Große Birnen. Was ist denn hier? Pilzbrunnen. Ich meine, das ist ein Autoverkaufsgeschäft. Autohaus. Gesperrt, ja. Oh Gott. Den brauche ich jetzt auch nicht. Ich habe einen Clownhammer. Sperr den weg. Der ist wichtig. Der ist wichtig. Der ist wichtig. Die kam hier raus. Deswegen ist das hier so. Okay. Oh Gott. Normal müsste man das eigentlich jetzt alles hier mitnehmen und keine Ahnung. Ich habe immer noch nicht das gefunden, was wir brauchen. Mach auf die Tür. Faules Fleisch. Rostiges Fass ist leer. Oh Gott. Da ist aber wahrscheinlich noch nicht drin. Mais. Da oben wohl, ne? Oh Gott. Die Schweine sind hinter mir. Waaah. Komm hier. Ich muss weg. Okay. Was hat er? Geld und Patronen. Oh. Da unten ist eine Kiste. Ich muss weg. Ich muss nicht mal gucken. Krieg ich die auf? Ist ja gut. Mach sie nicht gleich kaputt. Ne Säge. Okay. Die brauchen wir zum Aufwerten von. Uah. Die Sau haut mich. Ich bin gleich tot. Warte. Das ist eine leere Flaschenzimmer. Ich bin tot. Ach du Scheiße. Die dumme Sau hat mich erwischt. Nägel. Jetzt sind dummesä. Mann. Noch mehr Nägel. Aber warte mal. Hier sind... Miss Vieh. Können wir gebrauchen. Gummiabfälle. Also Gummiabfälle. Gut. Knochen. Das können wir nicht looten. Zerstörte Bergbank. Zerstörte Bergbank. Bergbank haben wir ja schon gelernt. Aber nützliche Dinge sind da drin. Das ist gut. Okay. Hier geht's weiter hoch jetzt. Da haben wir schon wieder Vögel oder so ein Quatsch. Ja. Aua. Kackvogel. Ich bin nicht infiziert. Das ist gut. Schmerzmittel. Das ist gut. Das war alles. Blausig. Das ist blausig. Komm ich da hin? Ja. Okay. Messing. Habe ich eigentlich sowas wie ein... Kann man das... Mit den Flaschen hier irgendwie? Nee. Das ist nicht so das Richtige dafür. Okay. Jetzt bin ich ja hier im Hinterhof. Ja. Aha. Und finde nix. Das ist super, ne? Ich mach mal den Ausgang. So. Das ist toll. Oh Mann. Und voll bin ich auch. Hi. Nix. Kack. Ich kann's hier auch raus. Noch ein paar Birnen essen. Was gibt's hier noch raus? Das ist der kaputte Vogel. Kaputte Aura. Nee. Können die anderen beiden auch noch essen? Ah. Cracker Kaffee. Wie so schwer ist, kann ich schon nicht mal mehr richtig hüpfen? Ich sollte nach Hause ein bisschen. Ja, machen. Und hier waren wir auch schon mal drin. Ja, ich kann doch kaum laufen. Das ist doof. Und ich will immer noch rauskriegen, wo kriege ich dann diese Paparomien so her? Das interessiert mich ja jetzt, ne? Wenn das alles neu ist. Dafür brauchst du ja mindestens Samen, um es anpflanzen zu können. Ja. Wenn man es nicht kaufen kann. Das ist jetzt nur die Frage, wie kriegt man das jetzt alles? Oh, vier Reparatur-Kids. Hallo. Was ist das für ein Laden eigentlich da? Dieses Ikea-Style-Ding. Was gibt's da alles? Waren wir da schon mal drin? Nö. Alex Kitchen. Steht Alex. Okay. Ist das ein Kitchen? Das sieht aus wie ein... Ich kann es leider nicht erkennen. Das Lache warst du schon. Zum Teil. Zum Teil. Hallo Hund. Bei uns rennt doch irgendwo ein Pair rum. Ja. Komm immer davon, bin ich so gut. Ist egal wie, erwischt einen immer. Mich hat es eben die Sau getötet. Okay. Du liegst noch. Du kommst jetzt als nächstes. Oh, ich hab lange Spur. Super, ne? Sehr cool. Also. Jetzt bin ich noch schwerer. Funk. Working Stiff Tools. Das ist doch was für uns. Ich glaub schon. Oh, ein Zinkalister. Ah, wie gesperrt. Ich will nach Hause. Hallo. Ich muss nicht zu sein hier. Bin ich ganz hinten rum, ey. Gewichtheben ist auf Stufe 8. Ich glaub nicht, dass es gut ist. Das sollte so eigentlich nicht sein. Oder? Hallo, kommt ihr mal alle raus? Die Tür ist auch schon wieder kaputt, ey. So. Was haben wir denn hier? Das war ja für den Händler. Er kriegt erst mal den ganzen Kram da. Das kann ja auch alles weg, ne? Unglaublich. Das vielleicht nicht. Haben wir eine Ich-Du-Kiste? Haben wir noch nicht. Nein. Okay. Erstmal das Sonstige, ne? Ist nichts Vernünftiges. Erstmal Tour. Metall. Pin raus. Nein. Munition haben wir da. Fahrzeugteil der Mods. Das ist klar. Haben wir. Mini-Bike-Räder 4. Das ist auch gut. Ähm. Werkzeug. Da kommt die Säge rein. Ja. Alles andere ist hier. Happy, happy. Lass mal was essen. Was ist das hier? Was ist das hier? Schadet nicht. Schil hat so was ähnliche. Komm her, du wandelnde Leiche. Das kommt dann da hin. Ich mach die Tür wieder zu. Ich mach die Tür wieder zu. Okay, haben wir essen, was das trinken. Hör mal auf. Mal auf. Mal dies. So. Werkbank. Ich weiß nicht. Hast du das gelernt? Das weiß ich nicht. Zustand aus der Kuschel. Endlich. Das lernen wir. Das scrabben wir. Was kriegst du noch? Das scrabben wir. Okay. Ich glaube, ich sollte hier gleich wieder rausgehen. Wo soll ich denn jetzt bloß das hintun? Wir haben so eine Kiste nicht. Ach doch, haben wir. Wir haben noch draußen die Müllcontainer. Die waren noch ganz. So war das. Der ist leer. Und der ist leer. Dann pack ich da mal was rein. Gehen wir doch. Na, geht dazu. So. Die Dinger, die packen wir jetzt da. Und weiter geht's. Hier ist ein Hammer. Gewicht ist auch okay. Ich hatte gedacht, dass wir hier wenigstens in dem Working Stiftool ist nix dabei. Irgendwas vernünftiges, aber nix so. Alles nur Müll und Dreck. Ach man. Farbe. Aha. Farbe. Bist du in dem blauen Ding? Nee, ne? Bei Ikea? Nee, ich bin nicht bei Ikea. Okay. Sollte man da versuchen reinzugehen? Ja, das war es aber auch nicht irgendwie da. 10.000, Alter. Oho. Wo ist denn hier ein Eingang? Ist ja alles zu? Ach, wahrscheinlich von hier und dann... Oh Gott. Oh. Oh. Do it. Ja, das war ja wieder ein Witz. Hi. Hi. Gut, blieb. Ja, komm her. Komm her. Ja. Bist du groß, ne? So schlau sind die gar nicht, ne? Nee, nicht wirklich. Eiter. Okay. So. Ist hier noch was? So, das war für... Für den Hintern, hätte ich mal gesagt, ne? Komm mal da rein. Dann werden wir jetzt hier die Wände kloppen. Ja, genau. Spawn noch gleich vor mir. Idiot. Ich muss doch schon wieder nach Hause. Ich will schon wieder mal laden. Ein verfluchter Mülleimer. Wow. Ist aber nix, ne? Ist doch nicht wahr. Da kommt man jetzt nur hier so in den kleinen Miniladen? Das glaube ich ja wohl nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss irgendwie in dieses riesen Ding da reinkommen. Hm. 5.000, Alter. Ja, das sind... Ja, das ist ein ganz normaler Betonblock. Scheinlich. Ja, keine Ahnung, wo es hier einen Eingang gibt für... Aber die zeigen den Weg da rein. Es muss also eine Möglichkeit geben, da irgendwie reinzukommen. Ich muss doch gleich noch mal sehen, wenn man was... Ja. Hier. Unfassbar. Unfassbar. Fake-Kisten. Erschreckend. Hm. Ist das der Eingang darüber? Das scheint mir so. Oder nur ein Klo, ne? Hier ist nix mehr. Der Mülleimer. Also ganz ehrlich, diese Undead-Legacy-Mod hier, die übertrifft ja wohl mal alles, ne? Guck, ne? Ja, es ist unglaublich. Ja, komm mit. Ah, komm. Diese Kackpike, Alter. Ja, danke. So, Waschbecken. Guck ich da Wasser raus? Ja. Ich mach mich jetzt erstmal leer. Wie glaub ich denn jetzt? Zwei Wasser. Okay. Ah, hier ist noch mehr. Ja, man kriegt Wasser nur aus diesen Behältern halt, ne? Das ist, äh, das ist dann halt so. So, bin ich jetzt in dem Großen drin? Ich glaub schon, ne? So, aus. Ja. Ich könnte vielleicht noch... Kann man den Automaten mitnehmen? Nein. Da kannst du sonst hier alles mitnehmen, was geht. Ja, eigentlich schon. Ja. Oh, äh. Moin. Woher ruf ich jetzt hier? Ne, ich hab schon wieder Hunger. Hier, Chili. Kann ich? Kack, Kiecher. So, warte. Äh, warte, 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 warte. Kann ich das aber riechen? Nee, kann ich nicht. Okay, das sind nur... 14. Äh, wollen wir am Anfang die 14er noch verkaufen, oder was? Die 14er, was? Äh, also hier 14 Gelddinger hier verkaufen, oder eher nicht so? Was hab ich überhaupt an? Ja, wir brauchen das ja, ne? Gesicht und Brille fehlt mir. Geld, ne? Ja. Also nicht Scrappen. Also nicht Scrappen. Das. Hose. Gotische Hose. Die scheint besser zu sein. Eine Mütze. Oh, nee, das war jetzt nicht so gut. Das ist nicht die Mütze. Nee, okay, alles klar. Äh, zurechtfinden. Den können wir mitnehmen, ne? Nee, auch nicht. Eisentisch. Kartons. Einmal klick, knack. So. Oh Gott, hier geht's runter. Zehntausend, alter. Den Stuhl hier mit. Wir haben immer ordentlich was trinken und essen. Ich seh nix. Ich komm da nicht runter rum. Ähm, ja. Das kann ja alles gewesen sein hier. Echt nicht. Deswegen. Kack, glas hier. Weg jetzt. So. Oh, ähm. Alles gut. Alles gut. Bleib liegen. Äh? Okay, das brauchen wir einen Moment. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Einmal was hiermit. Honig. Jetzt nichts mehr. Können wir hier mitnehmen? Ja, nicht glauben wir. So. Jetzt auch das Gewicht. Ist noch okay. Money, money, money. Kann helfen. Ja. So, nice schaffst du, oder? Komm mal. Ja, nochmal. Komm. Mach das Ding jetzt auf. So, und komm. Shemway, da gibt es wieder nur Futter. Aber immer noch nicht das Werkzeug, was wir trinken. Was wir echt brauchen, ne? Ja. Ja. Ja, so typisch. Okay. Haben wir es? Mhm. Gucken wir dann gleich mal, was wir da alles gekriegt haben. Ich beeile mich jetzt erstmal. So, haben wir die Rückseite schon. So, ich hab jetzt eben, weil ich ja vier Benzinkinister hab, kann ich jetzt eben einmal Benzin luten und kann mir jetzt vier Mollys machen. Ja, okay. Also hab ich schon acht Mollys. So, stopp. So, hier, ich glaub das ist, den Herd lasse ich erstmal hier. Ach nee, warte mal, da kann ich doch scrappen, oder? Kann ich dich scrappen? Nein. Den Stuhl zerlegen. Ja. Den Herd lasse ich hier. Ist mir zu schwer. Ah, sortieren wir das nach Gewicht. Verrottetes Fleisch. Na ja, gut. Okay, hier gibt's mehr. Das ist schon mal gut. Vielleicht haben wir ja hier ein bisschen Glück. Etwas zu finden. Auf jeden Fall Geld. Hatte ich gerade. Okay, das ist gut. Blündung ist gestellig. Hä, was? Oh, hier sind tolle viele Kisten. Aber ich weiß nicht, ob das alles gut ist, was ich da rausziehe. Ist mir ja leer. So, hier unten noch. Hey, hey, hey. Wo kommst du hier? Oh. Hallo, mein Freund. Tock. 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 Synchronisierst du mein Spiel jetzt? Das passte gerade. Äh, nee, eigentlich nicht. Sync. Tock, tock. So. Ist nix doch, nix. Ja, ein bisschen dürftig, ne? Elektronik-Kiste. Ich bin fast aus der Zweifel. Was haben wir hier? Äh, Schockstab. Generatoren-Lern-Dings. Und Schockstab. Mega. Kann der besser? Ja, besser. Cool. Huch. Sollte ich vielleicht mitnehmen, ne? Trau ich mich hier in das Haus rein? Kann ich den Vogel reparieren? Nein. Wahrscheinlich zu Hause. Ich hab so ein Ding noch nie gehabt. Hä? Moment. Ich soll da weiter? Geht das? Ach, das geht da. What the fuck? Na dann. Äh, Gewicht. Okay. Ich bin überlastet. Alles klar. Ich glaub, ich mach das später. Wie komm ich denn jetzt hier wieder raus? Kurz nachdenken. Wo war das? Das war doch so ein kaputtes Loch. Und dann bin ich hier und da und so. War das hier nicht auf Klo? Ich glaub hier, ne? Ja. Okay, okay. Da müssen wir unbedingt noch mal rein. Zu Ikea. Okay. Da gibt's... Oh, das probere ich jetzt mal aus. Ich bin ganz mutig. Ich bin hier in so einem Haus drin. Komplett überladen. Wo ist unser Zuhause? Da. Okay. Ja, also, ähm, zweites OG wollte ich jetzt nicht alleine machen. Dann das, äh, oder erstes OG kriegen, ja? Das, ähm, ähm. Das müssen wir wenn dann zusammen machen. Ja. So knüppeln. Das ist so furchtbar. Achso, kann ich schon mal ein bisschen was hier machen? Acht Punkte? Das ist gut. Nein, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Tür zu. Ja, Tür zu. Unsere Tür ist offen. Warum? Warum? Ich weiß nicht. Und wo ist unser Bauhammer? Hä? In der Werkzeugkiste wahrscheinlich. Das hoffe ich doch. Oh Gott. Wir müssen ja reparieren können. So muss ich ihn nochmal herstellen. Wie zum 10. Mal. So, okay. Dann machen wir folgendes. Wir müssen ja... Hm, Strom. Das ist dieses... Das ist das, was wir jetzt noch nicht hatten. Äh, Teile, Fahrt durch Teile. Tschüss. Was ist hier alles? Okay. Ich fange mal hier am besten an, ne? Schon mal einiges weg. Hier auch. Hier gesperrt. Sortieren wir mal neu. Munition haben wir bestimmt auch. Äh, hier schon. Ich bin weg. Danke. Äh, die Kohle, wozu gehörte die? Munitionsherstellung. Okay, dann packe ich die da mit rein. Sehr schön. Waffen und Motz. Ich habe eine bessere Motz. Oh, cool. Ich hoffe, dass ich die reparieren kann. Ist die Frage, ne? Hier warst du wahrscheinlich schon. Warte. Jo, geht. Äh. Nein. Den Schockstab kann ich nicht reparieren. Gar nicht? Ja, doch schon. Ist nur unzureichende Stufe halt, ne? Ach, das ist ja jetzt... Dann kannst du den bestimmen mit diesen roten. Da habe ich 14 Stück von. Nee, leider nein. Oh, echt nicht? Das ist ja doof. Nee, rote habe ich auch, aber nein. Ich habe schon wieder viel gefunden. Gelbe, glaube ich, muss ich in der Hand. Ja, Moment. Hergestellt in der Werkbankstufe 2. Er braucht den erweiterten Reparatursatz. Das müsste der gelbe sein. Das ist der gelbe, ja. Ja. Okay. Und so, was habe ich jetzt im Quatsch hier noch? Ach. Vorne. Zum Händler müssen wir ganz dringend, weil die ist voll. Das ist so. Ne, warte mal. Das packen wir zu Strom. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ähm. Batterien wohl eher nicht. Robotec-Teile auch nicht. Hm. Die Lampen. Einfache Glühbirne. Die behalten wir auch nochmal. Plastik-Teile brauchen wir auch. Mutter-Werkzeug eher nicht. Da wäre ein Kreckenburg, aber... Stahlscharniere behalten wir noch. Bier auf jeden Fall weg. Haarnadeln tun wir in Werkzeug. Titan-Bewährungsstab behalten wir auf jeden Fall erstmal noch. Okay. Das Geld packen wir rüber. Das ist jetzt noch ein paar kleine Platz hier. Warte mal, das kann ich benutzen. Das bekommst du. Das können wir es gleich werden. Ja, so viel Zeug schon. Mein Gott. So, Minis. Boah, ich hab auch so viel Krams. Geh trinken. Bier war beim Händler. Ja, das kann natürlich gleich jetzt ganz klar. Ich bringe auf jeden Fall wieder ein bisschen was an Schematics mit. Ja, das holen wir. Hier in den Krakenburg warst du nicht, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich lass mir da mal benutzen hin. Lauf schon mal schnell nach Hause. Elektronstrom? Ne, warst du anscheinend nicht. Okay. Ich muss mich nämlich erst leer machen. Chips und so weiter. Dann kriegst du hoch hier ein neues Buch. Zack. Okay, das ist cool. Hast du schon gelesen? Gut. Abzulegen. Dann geh ich gleich nochmal in den Krakenburg laden. Ja. So, jetzt gucken wir mal, was wir noch lernen können. Acht Punkte können wir verteilen. Ja, ist die Frage. Verteile Weise. Ach, am Ende haben wir alles. Aber jetzt ist es erstmal wichtig, ne? Mhm. Gut. Püdelbeet. Oh, ich bin voll angefixt von diesen neuen Gemüsesorten, ne? Ja. Was braucht ihr denn für Stärke Level 10? Na? Hallo. Darf ich dir mal die Bücher geben? Äh, ja. Ja, hier. Eins, zwei. Und wir wollen den noch einmal lernen. Danke. Und du. So, was haben wir denn jetzt? Hier, das ist Packesel, ist wichtig. Waffenteilung, Mods. Da ist noch ein, wenn du brauchst, ein Zielfernrohr zweimal. Okay. Das ist doof, Mensch. Stärke Level 10. Wo steht denn hier Stärke? Hä? Wo sind Stärke? Ich habe im Übrigen eine Spielzeugrakete. Ne, warte mal, hier fehlt was. Hier stimmt was nicht. Was hast du in der Spielzeugpistole? Ich habe mich gelootet. Ach, Stärke, hier. Hier oben. Hä, was macht denn das da oben? Wo hast du das? Das gehört eigentlich da runter. Ich finde das auch irgendwie alles merkwürdig. Hm. Das ist schräg. Okay, ja. Keine Ahnung. Na ja, wir verteilen. Einfach. Oh, warte mal. Jetzt habe ich hier etwas, was da eigentlich reinkommt. Oh, kein Platz, ey. Können die nicht zerlegen? Doch. Wo kommt das da rein? Ähm. Das kann weg. Ich habe ein bisschen Munition. Trinkflaschen. Ja, schade mit dem Schockstab. Na gut, macht ja nichts. Ähm. Was ich aber jetzt machen möchte ist, was sagt die Uhr da? Ich komme mal zum Händler. Ja. Ja. So. Na ja, Rennen. Schwierig. Wo bin ich denn? Ich gehe erstmal in den Nachbarraum. Aber warte mal, bevor wir zum Händler gehen, wollen wir eine kleine Pause einlegen? Können wir. Ja. Genau, dafür locken wir uns wieder aus. Also nicht weglaufen. Wir sind gleich wieder da. Genau, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Wo ist denn der Pausenknopf hier? Da. Bis gleich. Ist das denn so? Nee, Pause geht nicht. Warum geht Pause nicht? Hilfe. What? Dann muss ich das so machen. Na ja, machen wir es so. Hm. Dann muss ich das so machen. Leute. Bis gleich. Das ist wirklich ein Ding. Da. Da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 craubest, promotion untertitelung des ZDF, 2020 untertitelung des ZDF, 2020 Ich will den Wanst vollhauen jetzt. Zehn Dosen. Ich nehm dann Hundefutter. Der nützt ja nichts. Wir brauchen das Zeug. Wir kriegen sonst leere Dosen, wenn wir uns nicht selber essen. Ja, ich könnte auch noch was essen, wenn es dir hilft. Ich brauche nur noch zwei. Alles gut. Ja, ich muss trotzdem mal was essen. So, da sind sie, die Zehn Dosen. Wieder zurück. So, jetzt haben wir die Ballistikstation. Und, go! Tada! Sehr schön! Okay, dann haben wir jetzt, äh... Genau. Das Ding. Okay. Jetzt müssen wir überlegen. Ballistikstation... Mhm. So, die Eisenschaufel lasse ich auch hier. Also, Dekostation brauchen wir nicht. Forschungsstation haben wir. Handwerkstation haben wir. Schneider haben wir. Haben wir? Haben wir, ne? Tischler. Wartung. Ballistik ist klar. Mechaniker. Haben wir die? Haben wir die Mechanikerstation? Ich weiß nicht. Haben wir die Chemiestation? Ne, haben wir nicht. Ne, Chemiestation haben wir nicht. Und wieder Verwertungsanlage. Die braucht... 15 Eisenplatten noch. Wow. 15, 15 Eisenplatten. Oha. Da muss ich mal was wegrotzen hier. Das geht auch schneller. Eisenplatten. 15 Stück. Wo mache ich die denn? Ne Schmiede? Schmelzen? Wo mache ich die? Ähm. Ähm, 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 ähm. Die machst du... hier in der... Schmiede. Schmiede, okay. So, jetzt hat die Bank Platz da. Ballistikstation. Tadaaa. Cool. Perfekt. 16 Uhr 41, ne? Du hältst die Zeit im Auge, ne? Ja, hätte ich jetzt fast nicht, aber okay. Ich brauche glaube ich noch einen Honig. Zum Mitnehmen. Eisenplatten. Ähm, Eisenplatten. Das sind 10. Wir brauchen... Eisenbarren. Okay, 2 sind... Also 30 Eisenbarren. Alter! Boah. Dafür brauchen die Eisenerz, ne? Ach ne, nicht ganz. 15... 15... Gino 4. Hm, 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 hm. Mach nix. Ich will mal her. So, ich geh mal zur Gluckmundbasis. Hm. Achso, du sagtest, du hast noch, ähm, Eisen... Da. Eisenspitzhacke. Sehr gut. Die können wir brauchen, damit wir da oben ein bisschen aufräumen können. Müssen. Wieso habe ich jetzt eigentlich noch so'n Scheißding hier, wo immer sonst so was? Dieser hier, der ist ja wohl völlig unnötig gerade. Äh, Reparatur. Ne, das ist okay. Hier, Wartung. Ich hoffe jetzt, dass ich zur richtigen Gluckmundbasis laufe. Weil, ich hab doch das letzte Mal aus Versehen beide markiert. Du hast doch nachher gewechselt. Ja, pass auf, ich, ich laufe jetzt sowieso mit hin. Ich muss ganz schön nur noch eben was zu... Ach, man spielt! Ich weiß nämlich nicht, wie ich die Markierung wieder wegnehme. Okay. Ah. Also, müsste es ja die sein hier. Scheiße, da brauchen wir uns denn was zu essen. Ja, ich hab sie. Okay. Oh, hallo. Das lassen wir hier. Das nehmen wir mit. Und sperren das dann. So, zu trinken habe ich, zu essen habe ich. Ich hab ein bisschen Munition. Aua. Für die beiden Dingers hier. Wo ist denn das alles? Ach da. Ja. Waffen, Mods. Mal eben schnell gucken, ob wir da noch was haben. Waffen, 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 Dings plus Mods. Ähm. Einen Scope hätte ich vielleicht noch. Das ist ganz cool. Das passt da noch drauf. Gut. Und dann würde ich sagen, komm ich mal rüber, hm? Ja. Wo ist denn das? Da. Da. Guck mal, vielleicht schaffen wir das grad noch. Wir haben jetzt 17,52. Ja, ha. So. Wo ist die Treppe? Ich guck schon wieder nach da. Das geht nicht. Hier. Guten Tag. Na? Hallo. Ja, warte mal. Wir können ja rund rum machen. Dann geht vielleicht irgendwas kaputt davon. Oh, 5.000. Ich schlage jetzt ein Loch in die Decke. Ja, unbedingt. Dann kann der Rest einstürzen, weißt du? Ist dann kackig. Boah, so knapp hatten wir das aber auch noch nicht, ne? Du? Nee. Nee. So, nächster. Oh Gott. Boah, ich hör das, ne? Ja, lass hier, Mann. Da passiert ja nichts. Wir müssen hier das jetzt kaputt hauen. Du musst ein Stück zurück, glaub ich, ne? Nee, warum? Nee, nicht, dass du da durchfällst. Also, ich mach hier vorne nochmal ein Loch rein. Haben wir eben noch... Oh, da ist aber noch eine Zwischendecke, sehe ich gerade. Wie behindert. Echt? Ja, da müssen wir runter und die von unten weg kloppen. Oh, super. 1831, okay. Ich hab keine Ahnung, ob das was wird hier. Ich auch nicht. Echt nicht. Aber das ist ja mal was Neues. In dieser Form. Boah. Die Zwischendecke hat 5000. Bitte? Yes. Hier nicht. Wo komm ich dann wieder hoch? Ähm, kannst du mir mal helfen? Hä, wieso? Das sind mal eine Leiter für mich. Äh... Jetzt häng ich zwischen Block und Zwischendeckel. Aha. Und komm nicht... Wie soll ich da bitte... Du stehst da. Wie soll ich da eine Leiter hinbauen? Die passt da nicht hin. Die ist rot. Wieso kannst du nicht springen? Das ist eins. Warte mal. Ich guck mal. Was war das? Äh... Parkour. Fuck. Ich kann die da nicht setzen. Cardio, ne? Ja. Ich komm nicht mal da unten ran. Ich hab keine Punkte. Ich kann nicht. Warte mal. Achtung, du fällst gleich runter. Ich will nicht runterfallen. Das löst du aber. Und tschüss. Oh, ich hau ab. So. Ich kann nicht anders. Ich muss looten, ne? Wenigstens ist ein bisschen noch schnell. Wenn ich wüsste, von wo du haust. Von da. Oh. Also mit der Steinhacke hätte das Jahre gedauert. Ja, was meinst du, was ich die ganze Zeit gemacht habe mit der Steinhacke? Gekloppt. Wie ein Bekloppter. So. Das muss ich aber hier erst mal... Wir müssen das Loch so hinkriegen, dass das einstört. Vielleicht nehmt ihr den Rest da unter uns auch noch mit. Aber das glaub ich nicht. Weil das ja zusammenhängende Bauteile sind. Müssen wir mal gucken. Was sagt die Uhr? Halb acht. Naja, das wird spannend. Oh Gott. Bei Notfalls haben wir eben nur den Schlitz. Habe ich Kaffee mit? Nein. Jetzt habe ich keine fucking Energie. Wie kriege ich Energie? Was ist hier? Gesundheit? Aus... Dingsbumsens? Ähm... Gesundheit? Ba 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 ba. Nee. Wo ist der ja Bonus? Und jetzt nicht so viel. Naja, es wächst. Gut. Ein Kackloch. Da kann ich noch schnell was skillen. Irgendwas mit drei Punkte. Ja gut. Hier ähm... Bergbau Dingsbombsens. Äh... Verursachen mehr Schaden. Das ist gut. Zwei eins. So komm. So, du darfst nicht runterfallen. Ich installiere hier jetzt meine... Stachelfallen. Ha. Ja okay. Oh, tausende Leute. Das geht doch. Komm her. Reiß ab den Kack. Acht Uhr gleich. Wir sind nur aus Holz, aber egal. Okay, das fällt schon mal runter. Das ist gut. Machen gut Schaden. Dann müsste der mittlere Teil gleich runterfallen. Und dann haben wir Platz für unsere Gäste. Die wippen. Ausdauer ist aber auch... Kriegt die so schnell hoch? Warten. Keine Zeit zum Warten. Was hast du denn noch zum Essen mit? Ach, ich hab ähm... Döner. Ich hab die Schamsuppe zweimal und ich hab acht Speck mit Eiern. Das ist auch okay so. Das sollte reichen. Oh, mehr kann ich nicht verteilen. Ich höre hier Schreieren. Ja. Das ist die Vorhorte, ne? Ja, wir sagen ja mal Vorhorte. Ist das ne Vorhorte? Weiß ich nicht, ob es das überhaupt gibt. Keine Ahnung. So, der Mittelteil müsste eigentlich gleich mal runterfallen so langsam. Glaube ich nicht. Da hängt noch genug dran. Nee. Oh, ich prob gleich mal. Halt mal hin, ey. Okay. So, was hängt denn hin ab? Okay. Jetzt hör auf mit dieser Ausdauer, Alter. Zieh jetzt durch. Geht nicht? Okay. Wo hängt das denn noch? Oh, ne. Nicht runterfallen lassen. Warum? Oh nein. Weißt du, was ich nicht mit hab? Na? Meine Schrotflinten-Munition. Wow. Nach Hause? Was meinst du? Ne. Schaff ich nicht. Hilfe! Komm hier hoch, durch die Klappe. Okay. Haben wir nichts, was wir draufsteigen können? Ich hol mal was. Gute Frage. Wenn sich da überhaupt was draufsteigen lässt. Lassen lässt. So, wie kriegt die denn jetzt? Ah, jetzt ist das Ding auch gleich kaputt, hier die Hacke. Ich nehme meine Container mit nach oben. Okay. Geht auch. Der Container. Ja, brauche ich meine Schrotflinte ja nicht. Schon wieder! Ja! Der Mittelteil fällt runter. Perfekt. So, wieso ist hier ein Loch? Okay. Cool. Ich kann die da natürlich nicht draufstellen, ne? Ne, natürlich nicht. Dafür müsste dann das Ding ganz weg. Die Klappe. Und ne, warte mal. Dann vor allem auch... Ich bin so schwer. Das muss einmal weg. Das muss weg. Hm. Kannst du den Container auf dem Sims hier drauf stellen? Ist der da hin? Nein. Davor? Ne, auf dem Betonteil. Nein! Achso. Es geht nicht. Scheiße. Ne, dann ist das so. Da müssen wir mit klarkommen. Ja. Das Spielzeug ist auch kaputt. Dann tue ich den aber ablegen. Einfach wegschmeißen. So. Durchgeladen ist. 700 Schuss. So, aber wir machen mal ganz kurz noch eine Pause, bevor der Blutmund losgeht. Besser ist. Ne? Unbedingt. Loggen wir uns mal ganz kurz aus dafür. Und dann würde ich sagen... Nicht weglaufen. Wir sind gleich wieder da. Bis gleich. Genau, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mann, 3.05 Uhr. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich hab keinen Verband mehr, nichts! Oh nee! Kann ich jetzt auch nicht fallen lassen extra, ne? Mein Spiel hakt! Ich bin tot, weil mein Spiel hakt! Ah nee! Verdammte... Piep, 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 piep! Oh Mann! Halte durch! Nicht sterben! Nein! Wir laufen im Kreis, Alter! Wie komm ich nicht raus? Oh, dieser Kotzer! Ja, Spuckmann! So... Die müssen jetzt irgendwo sein, ne? Ach, da kommen sie angezaubert! Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg! Ja, 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 alles gut! Ich bin jetzt nass! Ich hab auch alle Icons, die es gibt! Ja, gefühlt auf jeden Fall! Komm ich denn hier durch? Kecke! Was ist denn roter Loot? Ist das spezieller Loot? Ich hab keine Ausdauer! Ich hab keine Ausdauer! Willst du mich verarschen? Jetzt kann ich nicht mal mehr laufen! Ja, ne tolle Idee! Ich hab keine Ausdauer! Ich bin da, ich bin da! Ja, alles gut! Ich hab keine Ausdauer! Das ist aber schlecht jetzt! Ja, guten Morgen! Guten Morgen! Die müssen wir jetzt auch noch einlegen! Den kriegen wir hin! Ja, kriegen wir hin! No way! Ich krieg meine Ausdauer nicht hoch! Das ist noch viel schlimmer! Ach, da hinten sind auch... Ach du Scheiße! Ich komm! Nein! 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 Ich eile! Los jetzt! Weg da! Ich eile! Ja, ich brauch dich auch! Als hätte ich Dings... Ach nee! Hätte ich nicht! Alles gut! Hier wird nicht vorgedrängelt! Nun stirbt doch endlich mal! Oh, Happy Loot! Hä? Alle tot! Hm... Joa... Tatsache! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh... Oh... Alter, bin ich fertig! Mhm... Achte mal auf das Ding mit dem roten Blut! Das würde mich mal interessieren! Ich habe eine Feuerachst! Ich habe eine Feuerachst! Das wäre doch cool! Bin nur gestorben, weil mein Spiel gehakt hat! Ja, das ist doof! Nur deswegen! Okay! Jogi, wie fandst du den Blutmond? Puff! Oh, Diashow! Oh, Diashow! Brauchst du irgendwas zu essen? Brauchst du Kaffee oder so? Ne, das hole ich mir alles gleich zu Hause! Ich habe was gelootet gerade! Ja, habe ich bestimmt auch! Alles gut, ich gucke gleich sowieso mal! Steroide müsste ich gleich mal irgendwie gucken, ob ich die habe! Ja, jetzt wird es nämlich echt... Warte... Suchen... Steroide... Sehr gut! Benutzen! Okay! Laufen! Ich glaube, hier war auch soweit nichts... Einen Huhn! Ja, mitnehmen! Alter! Puff! Hm... Ich geh nochmal kurz rein... Ich hab das Huhn mitgenommen! Ja, okay! Hier sind Stachelfallen und hier liegen auch noch ein paar Dinger... Na nun! Was ist mit dem roten Loot jetzt? Äh... Habst du mal geguckt? Nö! Sorry! Das hatten wir noch nicht! So, hier ist nichts mehr... Okay... Boah, Alter! Verweilter! Aber hier ist ein Huhn oder zwei Huhnen? Ein Huhn! Hier oben ist nichts mehr! Sie kamen alle aus der... ...aus dieser Klappe raus! Ja! Ja, gut zu wissen, würde ich sagen! Ja, ich weiß, ich hab Hunger, aber das ist jetzt uninteressant! Hier komm ich gar nicht raus, ne? Hier komm ich gar nicht raus, ne? Aber hier... Okay... Ja, äh... Cool! Auf jeden Fall! Ne? Oh, Mann, war das anstrengend! Mh... Mh... Naja, ich geh jetzt nach Hause und mach mich leer! Ja, ich auch! Das hatten wir aber selbst, als wir den Straßenkampf... ...hatten damals, weißt du noch? Oh ja! Nicht so extrem! Hatten wir auch das Waffen und... Ja, wir haben hier so nix! Prügeldinger! Also, was mir zu Anfang wirklich gut gefallen hat... ...das war das mit den Mollys! Ja! Hat unheimlich viel an... ...an Leben abgezogen! Ja! Die Grundschaden war schon mal... ...da! Ja! Ich mach erstmal hier so n bisschen was! Das mach auch nicht was weg! Ich geh auch nach Hause! So... Wow! Ich befähle mir der Welt, ey! Das war krank! Das war echt krank! Ja, aber uns blieb ja gar keine andere Möglichkeit mehr... ...nach unten zu gehen! Also, was anderes hatten wir ja nicht! Da oben? Keine Chance! Absolut nicht! Das war ja nicht anders machbar! Nee, nee! Da oben auf keinen Fall! Hier, was macht Henriette denn da? Hier, Party Maus! Warte mal, was ist das für eine Munition? Hier, Party Maus, komm her! Ach, neun Millimeter! Hier, doch! Siehste? Selber schuld! Klauenhammer! Sehr schön! Puh! Völlig fertig, ey! So, was haben wir denn jetzt noch? Was weg kann... ...hundert... Nee, ich glaub das kriegt der Händler... ...ein Schutzanzug... ...oh ne... ...hmhmm... ...hmhmm... ...hm... ...hm... ...zweimal benutzen... ...einmal benutzen... ...das zerlegen... ...oh cool! ...dasss... 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 Ich hoffe, die kann ich reparieren. Unzureichende Stufe. What? Klasse. Jetzt zeigte er sie an. Ich habe keine Waffe. Das ist klasse. Das ist richtig gut jetzt. Naja, gut. Schmiede. Da haben wir doch Eisenlagen. Da kann ich doch Platten mitmachen. Na klar. Da haben wir sie auch. Aber die sind da drin. Das heißt, er wird sie so nicht anzeigen. Ich habe eine Säge und ich habe eine Feueraxt. Okay. Eisenplatten. Da. Herstellen. Okay. Dann haben wir jetzt Werkzeuge dazugekriegt. Noch sammeln wir den ganzen Kram, bis wir da ein bisschen... Wie und was, ne? Ja. Was ist das denn hier? Steinmehl. Okay. Das ist Naturgedürf. Natur, ja. Ja. Sonstiges ist die Dinger hier. Geh ich mal raus zu deiner... Küste. Ja, das ist irgendwie eine gemeinsame Küste. Kann das sein? Nee, eigentlich nicht. Ich packe mal rein. Ja, was ist denn das? Ist das jetzt gelesen von mir, von dir? Was ist das jetzt? Ja, lass mich mal da rein. Ganz schwierig gerade. Wenn du mich da rein lässt, dann kann ich... So, ich habe hier in diesem Container alles gelesen. Ja? Alles klar. Sniper hast du noch nicht gelesen. Die kannst du so weglesen. So, dann kriegst du... Ist das meine Nicola... Nicoles Schatzkarte? Nee. Die ist auf deiner. Die ist in deiner. Dings Bombs. Ist das meine? Nein. Sie nicht. Die sind in deiner Kiste. Achso. Jetzt haben wir es. So, Schutzanzugshose. Genau, das kriegt der Händler. Das Mini-Bike kann ich noch nicht lesen. Oh, die kriegt er auch. Nee, weiß ich. Aber das behalten wir uns dann vor, bis wir dann das Bike an sich gelesen haben. Weil dann können wir das erst lesen. Ja. Geht nicht anders. So. Dann haben wir... Das muss gesichert werden. Wie kommt denn da jetzt noch? Bin fertig. Alles klar. Okay. Ja, dass ich die Waffe nicht reparieren kann, ist echt doof. Ja. Wartungsstation. Sagt der unzureichende Stufe, ne? Ja. Das ist ja doof. Und hier? Eisenplatten. Da müssen jetzt aber welche sein. Ja, guck mal. Die nehmen wir mal raus da und packen die in die Schmiede. So, dann können wir das auch herstellen. Ähm. Die haben wir nicht. Ich hab ne Säge. Da. So. Ach ja, die auch. Wir haben zwölf Sägen. Ach so. Äh, diese ganz normalen Sägen? Ja. Okay. Brauchen wir, glaub ich, zwei, um etwas herstellen zu können damit. Ah, okay. Oder aufzuwerten. Das war, ich glaub, hier. Spiel bitte. Da. Nee, da brauchen wir ne Zimmermanns-Axt. Hast du die irgendwo? Ne Feuer-Axt hab ich. Ach Mist. Ja, und Sägen tatsächlich auch. Aber ne Zimmermanns-Axt brauchen wir hier. Auch. Für die Aufwertung. Die ist schon auf Stufe zwei. Was brauchen wir hier? Eisenplatten, Linus, siegel, großer Stein. Ne, die Waffen. Da. Schon wieder Eisenplatten. Knarre. Oh Gott. Meine Bettgärr schmeiß ich da rein. Sie braucht Eisenplatten ganz viel. Echt. Eisen sollen bis zum geht nicht mehr, oder? Okay. Kriegen wir alles hin? Wir sind ja ganz am Anfang noch. Mega Blutmond. Hat Spaß gemacht trotzdem. Ja, hat mega Spaß gemacht. Voll gestärbt. 16 Punkte. Mann. Ja, 16 Punkte. Boah, ich konnte leider nicht so gut um mit dem, mit dem Boden, ne? Ja. Das ist nicht so meins. Ja, okay. Na ja, haben wir hier keine Handfeuerwaffe irgendwie oder so? Doch hier. Revolverhelds, was ist denn da mit? Beweglichkeit, Level 1. Achso, guck mal. Was ist denn da drin? 4. Okay, da braucht er 2 schon für, ne? Bei Level 7. Okay. Laufen und Gaggen. So, dann haben wir alle Punkte erstmal verteilt. Meine Rüstung ist auch im... Meine auch. Voll kaputt, die ist schon rot, 0%. Ja, warum habe ich die nur noch an? Ich habe 18 Punkte, die ich verteilen kann. Ja. Die sind hier rot, sagt man. Der hier, ne? Lederbrustpanzer. Autsch. Den kann ich dann auch erstmal... Oh Gott, hier ist ja alles kaputt, ey. Boah. Sterneanschuhe sind auch fast kaputt. Ich gucke mal, ob ich die irgendwie repariert kriege. Keine Ahnung. Mir fehlt auf jeden Fall noch ein Licht. Das kriege ich nicht. Das kriege ich repariert und das kriege ich repariert. Das ist gut. Okay. Den auch. Noch besser. Sehr gut. Wahrscheinlich die benutzen. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Was ist mit denen hier? Ach, die nicht, ne? Okay. Lied ich die dann da? Wahrscheinlich... Ah, uns reicht eine Stufe. Okay. Na, macht nix. Solange sie noch irgendwie funktionieren, kann ich sie ja noch anziehen. Den sehe ich da denn. Huch, warte mal. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Tiny Mots. Keine Lampe, nix. Ja. Oh, Durst und Hunger. Geht los. Ich habe noch was mit, ne? Da brennt was. Deswegen auch die fehlende Ausdauer. Das ging nicht so fix. Nix so fix nicht. Ach, doof, ey. Waffe kaputt, wa? Gar nicht gut. Kann man beim Händler aber reparieren gegen Geld. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, aber nützt ja nix. Ne, definitiv nix. Wenn wir meine Sachen reparieren, schnell an der Bank. Dann bin ich für das nächste Mal wieder gut gewappnet. So. Plastikflaschen weg. Puh. Was war das? Bumm, wieso bumm? Wo denn? Ach, gegenüber wieder. Ach. Ach ja, hier vorne am Silo, ja. Idioten. Ja, schön. Mensch, das hat Spaß gemacht. Ja, es war richtig, richtig super. Und da würde ich sagen, für heute machen wir erstmal Schaluss. Genau. Dieses wird auch auf der anderen Plattform hochgeladen. Kannst du ruhig sagen, ist alles gut. Genau. Auf YouTube. Schreibt mal gerne in die Kommentare, hat euch der Blutmunk gefallen? Was hätten wir anders machen können? Alles. Mit unserem bisschen Equipment, was wir ja nur hatten, war ja nicht so viel möglich. Aber lasst gerne mal einen Kommentar da. Das freut uns. Genau. Sag mal. Na mal. Schade, dass das hier... Kann man das jetzt abstellen? Nee, ist gut. So, ja, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr da wart. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Für uns auf jeden Fall Support genug. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Kaski. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020